Moin, hallo und willkommen zurück zu Study Valley. Ein neuer Morgen, ein neues Glück. Wow, wir haben ein bisschen Geld gekriegt. So, jetzt gucke ich mal meinen Fernsehen rein hier. Was haben wir denn? Es regnet morgen. Okay, dann könnte man ja eigentlich in die Mine gehen. Ähm, wir geben ihr Bestes, aber mein Leben wird nicht einfach. Okay, naja gut. Schauen wir mal. Boomkool ist auch fertig, glaube ich. Ich brauchte, glaube ich, nochmal zwei Eisen, ne? Ach ja, hm, da sind die Anfänge wieder. Ein weiterer ruhiger Tag. Ach nö, bitte nicht. Äh, nein, das ist jetzt aber peinlich. Jetzt ist es mit der Saft auszugehen. Äh. So, kriegen wir das mal hin? Darf ich nochmal? Habe ich echt keinen Saft mehr in der Maus? Neeen. Perfekt, mit dem Gelb ist hier der Saft aus. Junge, Junge, Junge. Das ist jetzt aber gar nicht passiert, dankeschön. Denn ohne Maus geht doch hier nix. Das war ja wieder großes Kino. Ich muss mir das mal die Schabesröte aus meinem Gesicht wischen hier. So, ähm. Vorbei, ich stehe im Leben so, die Sachen kann ich noch abernten hier. Ich hoffe, die Sachen werden noch fertig. Das sieht im Augenblick nicht so toll aus. So, die kann ich da rein machen? Boah, habe ich viel Knofi hier. Die Qualitäts-Knofi. Also, da habe ich mehr als genug von. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, das wird noch fertig. Oh, Mann. Das wird, wenn dann, ganz schön knapp, glaube ich. So. Wasser. Wasser marsch. Das ist immer Arbeit, Arbeit hier auf der Farm. Junge, Junge, Junge. Aber wenn ich so schnell noch hinkriege, dann haben wir auch viel mehr Zeit. Weil das noch ziemlich klein ist, muss ich sagen. Die Pferde hier könnte, könnte noch mehr sein. Aber, das ist auch schon okay. Ich muss mir noch unbedingt was einfallen lassen wegen der Kühe und der, ähm. Der Hühner. Ich hätte gesagt, ich brauche das größer. Da wollte ich Robin fragen. Ich mache das größer und setze es auf die große Insel hier. Aber da habe ich natürlich jetzt die Obstbärm hingestellt, ne? Aber da kommt man schnell hin. Ich brauche ja nur hier runterlaufen, dann bin ich vielleicht da. Mal schauen. Ich habe natürlich die, ähm, Flusswelt ausgesucht hier, ne? Der Flussflussanwesen. Wo man hier auch angeln kann, was auch ganz gut ist eigentlich. Aber hier gibt es eigentlich nur die Flussfische. Ich hätte gedacht, dass man hier so eine Art See hat oder sowas, aber... Naja. Naja, mehr oder weniger. Es ist auch irgendwie ein See. Auch wenn er eine Anbindung hat. So. Zack, zack, zack. Och nö. Wieso sieht das Wasser wieder aus? Oh, hier ist so viel Wasser hier. Was ist hier los? Das gibt es doch gar nicht los. Geht Gas. Hier muss doch fertig werden, Mensch. Ich habe doch noch mehr zu tun. Ich frage mich, ob die Blumen hier noch flass werden. Das waren ja, was sind Löwzahne oder was waren das? Ich glaube ja, ne? So, geschafft. Na, Kussi. Du läufst jetzt mal wieder stupide durch die Gegend. Na, bist du braver, ne? Ich hätte ja gerne noch eine Katze hier, muss ich es zugeben. So, Hund, Katze, Maus. Dann geht das ab hier. So, das Gras wird auch mal größer da vorne. Sieht natürlich nicht ganz so toll aus, aber ich brauche für euch auch noch was. So, ne? Dankeschön. Dankeschön. Das war mal große Milch. Das würde bedeuten, die Rezepte brauchen große und kleine Milch. Aber wie kann ich das beeinflussen? Das ist echt ein Problem. Weil ich brauche für einige Rezepte kleine Milch. Kann ich die irgendwie ändern? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Packen wir mal da hin. So. Ja, das ist jetzt natürlich... Kannst du kurz sagen, Dankeschön. Ich muss doch euch noch was zu essen bringen. Oh, oh. Nein, wir haben kein Gras mehr. Dann muss ich gleich nochmal wiederkommen. Ich muss mich nochmal kurz durchlassen. Nein, lass mich durch. Dann muss ich hier lang gehen. Das ist auch ein Problem. Ich muss da noch ein bisschen Platz machen. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich hier irgendwie Gras finden. Da. Ist aber nicht so viel da. Viermal heuer ist jetzt nicht die Welt, ne? Da wachsen die Bäume auch langsam. Euch kann ich noch mitnehmen. Zack. Dankeschön. Ja, das ist natürlich mit dem Gras. Ich muss eigentlich mehr Felder machen. Dass hier mehr nachwachsen kann eigentlich. Ich muss nämlich noch was zusammenkriegen hier. Das ist auch ein bisschen nachgewachsen, aber nicht viel. Das muss reichen. Ich hoffe, das reicht ein bisschen. Aber wenn ich noch mehr Tiere habe, dann kriege ich Probleme. Ich brauche echt einen großen Patch of Grass hier. Jetzt gebe ich noch mal schnell was zu futtern. Das ist noch wichtig. Das ist echt schade, dass man das nicht sehen kann. Ich würde ja gerne wissen, wie viel ich noch auf Lager habe. Ich sehe das immer nur erst, wenn es zu spät ist. Das ist nicht so toll. So, war jetzt noch irgendwas? Ich habe die Sachen gesammelt. Ich könnte noch ein bisschen Bäume fällen, ne? Das wäre schon eine Idee. Ich brauche ja schließlich noch mehr Holz. Oh, da fehlt doch ein Glatt, äh, ein Tanznapfen runter. Nein! Ach, sieht, hat was weggefallen. Das gibt es doch nicht. Das ist echt ein Problem, wenn das hier runterfällt. Ne, ich werde wegfallen. Sehr gut. Ich brauche nämlich alles, was ich kriegen kann, an Holz. War ich hier schon umhauen, oder war der schon beschädigt? Warum ging der so schnell? Ein Pinecone habe ich nur. Das ist jetzt aber ein bisschen Lager, muss ich sagen. Tatsache, ich habe echt nur einen gekriegt. Das ist ja echt ein bisschen bescheiden hier. Hm. Hier drüben waren keine Bäume, ne? Doch, zwei Stücke. Dann nehme ich die auch nicht. Ups. Ich brauche das Holz. Ja, das ist eigentlich groß genug. Also hier könnte ich, glaube ich, die beiden drauf machen. Dann mache ich hier die, ähm... Na, wie heißt es? Die beiden Stallungen mache ich hier hin. Und dann, äh... Habe ich das auch alles parat. So, da noch was hin. Und hier noch was hin. Perfekt. Ich hätte die Upsbäume hier entpflanzen. Sollen wir das so wenig sind? Ich hätte gedacht, es wäre mehr. Da habe ich nicht aufgepasst. Naja, ist egal. So. Du gehst hier rein. Das Zeug kommt zu Baumaterial. Da rein. Das ist auch weg. Die Milchweine wegpacken. Da kommt noch so ein bisschen was zusammen hier, wa? Das habe ich nicht hier drinnen. Das habe ich hier drinnen, ne? Ich muss das echt mal vernünftig sortieren. Aber ich nehme hier noch mit. Das muss die sechs Stück haben, ne? Ja, gut. Dann brauche ich noch das. Und das. Dann kann ich nochmal welche bauen. Perfekt. Das kommt weg. Ich muss auf jeden Fall nochmal Gold und Eisen. Die müssen nochmal schmelzen, die jetzt bei Gelegenheit. Die kann ich jetzt mal da hinpacken. Dann kann ich die demnächst aufbauen. Dann muss ich aber die Vogelscheule noch neu ansetzen. Das wäre schön, wenn man da auch sehen würde, wie viel man da zusammenkriegt. An Platz, beziehungsweise bis wohin es sicher ist. Was kommt da nicht rein? Wo kommt denn das rein? In die erste Kiste? Ja. Okay. Da habe ich auch schon mehr als zehn Stück drinnen. Okay. So, haben wir noch Butter. Nee, Butter. Nicht Milch. Hier ist noch. Nee, das ist immer eine Dingsmilch. Das ist schade. Schade. Eine andere Milch hätte ich nicht mehr, ne? Nee. Okay. Was brauchte ich jetzt nochmal für Fertilizer? Weil ich brauch den da. Quality Fertilizer. Zapp brauche ich nur einen Fisch. Äh, da gucken wir gerade mal. Die Vogelscheule reicht bis hierhin. Das heißt, sechs Felder. Zwei, vier. Also sechs Feldradius sind die Vogelscheule. Ich würde mich wahrscheinlich auf den dann, okay. Ja, da kann ich die ja mittendrin aufstellen. Das müsste gehen. Ähm. Das muss ich gerade mal überlegen. Äh, wie viele Fertilizer brauchen wir denn? Das sind sechs mal zehn. Das sind 60. Und das sind nochmal vier. Also 100 Fertilizer. Wow. Das ist nicht gerade wenig. Das heißt, ich brauche 100 Fische. Äh, boah. Kriege ich das hin? Aber von denen habe ich auch immer nur einen, ne? Ja, ein paar könnte ich rausnehmen. Aber das würde nicht reichen. Ich glaube, ich muss mir eine Viertilizer doch kaufen. Oder ich muss noch mehr Fische angeln. Das könnte ich eigentlich gerade machen. Wenn ich jetzt über die Tür bin, habe ich dann noch genug zum Angeln da. 80. Doch. Das reicht noch ein bisschen. Dann angle ich einfach. Ich muss ja nur irgendwas angeln. Das sollte ja kein Problem sein. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen sammeln. Zapp habe ich ja genug. Uh. Komm schon. Nimm ihn mit, den Fisch. Ich habe ja noch ein bisschen links gesammelt, was? Ich würde ja gerne diesen Knochen nochmal haben, aber... Ein Sunfish? Hatte ich den schon? Was ist das denn? Ein Seed? Tja, das ist ein Artefakt, aber das hatte ich, glaube ich, schon, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, ich glaube, ich habe den schon. Wollen wir mal gucken. Ich muss jetzt mal zusehen, dass ich noch mehr Fische kriege. 100 Stücke. Das könnte eine Weile dauern. Kriege ich doch nicht alle gesammelt jetzt, oder? Sonnenfisch gibt es jetzt, okay. Sonnenfisch brauche ich aber dafür nicht, oder? Ne, ich glaube nicht. Eine Kiste. Die hätte ich gerne. So, und dich muss ich noch mitnehmen. So. Ich würde das noch was Tolles bei. Small Mouth Bass und... Drei Ionen, okay? Ist in Ordnung. Das ist doch blöd, dass ich damals die Knochen nicht gesammelt habe. Da habe ich leider nicht aufgepasst. Aber naja. Kann ich nicht ändern. Kann ich nur hoffen, dass das nochmal kommt. Komm schon. Zack. Das wird ewig. Das wird ewig. Da mal 100 Fische. Oh Mann. Ich muss mal gucken, wie viel ich von den anderen Fischen dann noch nehmen kann. Ich will fließig noch Dinge zankriegen. Da drüben glubberts. Da könnte doch was Besonderes sein, oder? Oh. Nein. Gucken wir mal. Was haben wir denn hier Schönes? Das war zu... zu schlecht. Komm schon. Ich hätte direkt drücken müssen. Jetzt beißt es nicht mehr an. Seetang habe ich gefunden hier. Wow. Komm schon. Müll kriege ich da raus. Das ist ja total... Müll hat sich da versteckt. Wow. Großartig. Wollte ich schon immer mal haben. Jetzt haben wir schon 6 Uhr. Mann. Die Zeit vergeht wieder wie im Flur. Ich brauche doch noch mehr. Und ich kriege nichts. Jetzt habe ich auch noch verkackt. Da hinten blubberts die da. Ich frage mich, ob da vielleicht... Toll. Ob da... Äh... Hatte ich ganz gereicht. Besonderer Fisch in der Nähe ist dann, wenn es blubbert? Ich weiß es nicht. Komm schon. Lass dich fangen. Und ich habe... einen Sonnenfisch. Ich habe auch einen Sonnenfisch hier. Oh Mann. Ich glaube, da komme ich nicht hin, wenn ich so... Das abfeuere, ne? Ne. Da komme ich nicht ansatzweise ran. Das ist schlecht. So, komm schon. Ein Bream hier ist was anderes. Okay. Wenn ich von hier angele, komme ich sogar hin. Und ich habe Sitan geangelt. Wow. Das war zu kurz. Zu kurz. Ich frage mich, ob das so random ist an bestimmten Bereichen, dass ich immer anderen Fisch kriege. Da müsste ich überall versuchen zu aneilen, wirklich. Ich hoffe nur, dass ich dann alle Fische kriege. Nein. Aber egal. Auch wenn es schlechter Fisch ist, habe ich den Vorteil, ich kann das ja zu Dünger verarbeiten. Ich brauche eine Menge Dünger. Ding. Komm schon. Ich muss mitnehmen. Aber das ist noch ein Artefakt schon für Gunther. Ich würde gerne noch mehr Artefakte wiederfinden. Da fehlen auch noch so viele. Und Eisen und Gehoden. Okay. Dankeschön. Es ist doch schnell dunkel. Noch mehr Seetang. Das gibt es ja nicht. Ich bin auch langsam müde jetzt hier vom ganzen Angeln. Komm schon. Es müsste noch irgendwas geben hier. Und ich habe nichts Besonderes. Ich habe das Gefühl, ich komme bei mir nicht schnell nicht ran. Ich wollte irgendwie drumherum. Und ich habe das, was es da gibt, noch nicht gefangen. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich habe das, was da drin ist, noch nicht gefangen. Na toll. Großartigst. Ich hätte gerne einen Stuhl, aus dem ich hinsetzen kann. Das wäre ganz schön. So. Komm schon. Und schon nach 8 Uhr. Ein bisschen was kann ich noch angeln. Einen Versuch mache ich noch. Na. Was kriege ich jetzt noch? Komm schon. Was tolles. Und es ist ein Bream. Naja. Nicht gerade der Fang des Tages, was ich gerne hätte. Aber naja. Na gut. Ich würde sagen, macht es gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.